So, letzte Folge, die ich für heute aufnehme. Gut, ich habe eine kleine Umstellung gemacht. So, wie man sieht, ich habe drei Pokémon rausgenommen. Traumatur ist kein festes Teammitglied. Aber bei unserem Feuer-Pokémon, bei unserem zukünftigen, ist es so, dass das hier fast überall auftauchen kann. Es ist halt echt selten. Deswegen, Begegnungskraft am Feuer wäre jetzt ganz gut. Dann schaue ich mal. Und das sehe gleich auch noch was tolles. Es begegnen, so befasst ist ein Fundkraft. So, das gute ist, der hier gibt uns immer Rezepte, wenn er mal hilft hat. Du musst es nicht befassen, mich eingehen mit Sandwich-Rezepten. Es ist nämlich mein Traum, eines Tages selbst ein Rezept zu kreieren, das den Zusatz Meister verdient. Wenn du möchtest, bringe ich dir auch gerne ein paar Rezepte bei. Mit diesen Rezepten kriegst du Sandwiches hin, die jedem das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen. Probier sie gerne mal aus. Wenn mir neue Rezepte einfallen, bringe sie dir natürlich auch bei. Sehr nützlich. Ich könnte mal gucken bei Picknick, ob hier was herstecken können. Mit der Fundkraft, Feuer, Versorgung oder Begegnungskraft. Ich glaube Begegnungskraft ist das, was wir brauchen. Ich glaube, hier darf ich nicht Picknicken. Aber hier. So, ui. So. Umgestalten. Okay. Umgestalten geht nicht. Ball auswählen. Nein, nicht mehr. So. Sandwiches zu bekämpfen. Was haben wir dann? So. Begegnungskraft Boden. Kampf. Hier ist Feuer. Dazu fehlt uns eigentlich eine Uhr. Begegnungskraft. Oh, wie süß, wenn die sich so entlegen. Oh, halt. Auf. Y. Sehr schön wie nahtlos das geht. Hm. Haben wir hier einen Laden. Oh, sonst liegen wir leer. Komm. Oh. Oh. Na ja. Einmal steht da jemand im Weg. Ich glaube es geht los. Nein. Okay, man kann ja auch das Pokémon ansprechen, egal was man versucht. Ähm, und das hier... Okay, man kann ja auch das. Okay, wir haben die Chance auf Feuer... Ja, fast wieder. Um die Chance auf Feuer-Pokémon zu erhöhen. Ähm, ansonsten können wir hier noch bei den fertigen Speisen gucken. Wir haben jetzt mehr Materialien zwar zur Auswahl, aber... So, Eis. Was ist maxi Kraft? Okay. Schade, dass wir da bei dem Stand nix kaufen können von der Arcanon. Vielleicht mal auch richtig toll, wenn wir es hinbasteln können. So. Picknick. So. Was? Achso. Ich muss eine rote Fläche haben. Die sind echt über in die Dinger. Uff. Wir haben jetzt keinen Klick mit mehr Münzen. Wee. So. Ich möchte ein Sandwich machen. Ich nehme ein Hand. красكل. Imbiss nicht. Ich nehme die Glutze. Okay. Ich nehme ich meine Gutes. Ich nehme die Lägerung. Ich nehme die... Ich nehme die Lägerung. Ich nehme die Lägerung. Ich nehme die Lägerung. So, ich mache jetzt hier mein allererstes Sandwich, den du nimmst mir. Hm, nimmst du heute am Rand. Okay. 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 Das war's für heute. Ah, ich glaube das war jetzt nicht zu überhören, Kind schläft gerade leider nicht ganz so gut. Passiert halt mal. Bisschen bitter. Sauer. Okay. Wir treffen jetzt Feuerpokémon. Wir haben vier. Etwas öfter. So. 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 比如est- pressen. So. ELIT-RON kann beide halt nicht gebrauchen. Und. Und ja. So. Die werden dann später per Zaubertausch geboten und verschickt. So und dann können wir ihn jetzt endlich einfach durchreiten und das geht zum Herrscher geben. Und nebenher machen wir jetzt 3. Das ist schon mal so ein Ester, das hat er gesehen, ja, aber er nennt das Terraride. Oh, das ist einfach. Und denkt nur schlecht, ist mein Job. Das ist einfach. Das hat er SG-Ö. Woher? Oh, nein, das war. Nein. Die hat kein Dopp, so kann ich nicht mehr. Die hat kein Witz. Ja. Äh. So. Ja. Ja. Wir sind aber. Ja. Ich bin der Richter, ich war da. Ja, ich bin der Richter, ich war da. Das Chili-Pokémon würde ich zum Beispiel mitnehmen, wenn ich Quatsch als Starter will, weil es eine recht coole Typenkoordination hat, wenn es entwickelt ist, nämlich Pflanzefeuer. Hier können wir uns auch mal heilen, die hat nicht Fatalite, die hat ein Mordipod. So. Einmal heilen. Dann, 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 dann. Ja. So. Ähm. Weitensaufsammeln. Richtig schöne Landschaft. Da, da, dich, dich, dich brauch ich. Hier ist unser Eretro-Pokémon. Ähm. Was hältst du aus? Oh, okay. Das ist schön. Oh, das gleich wieder ein Gehe spinnst. Oh. 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 Ah, ich bin schon... Ahhhh... Ich bin schon... Es gibt nur eins was Nerven heißt, das verliert und das ist genauigkeit. Ah, ich bin schon... Nochmal... Dann haben wir halt die Münze. Gehen nochmal zurück zum Arme. Nee, Giftwolken muss man wirklich nicht. Ist zum Fangen denkbar schlecht. So... Und äh... Hier fliegt ein Pogon, das... Zu Fangen tue ich es nachher, hat es schon eine Ruhe ab. Was drin gehen? Ähm... Weiß ich auch weiter gucken, ob wir es bist. Nein! So, wo ist der Esel? Oh, die sind zwar für 17. Nein, ähm... Aber Psycho-Pokémon haben wir auch schon abgedeckt mit unseren Feier-Pokémon. Weil es wird uns als Zweityp, äh... Psycho haben. Wird aber zu einem richtig schönen Pokémon. Also so kann es sein. Ja... Dann... Kleopatra nämlich angelehnt. Und... Scheiße... Dann noch ein... Ein Strauß. Aber... Echt hübsch. So... Fangen wir auch mit. Wow... Wow... Das war's schon. Viele von denen herumlaufen meist... Einmal die Feuerkraft... gerade noch auf Level 1... und das Viech läuft hier überall... gnadenlos herum. So als... gäb's nix anderes mehr hier. Ähm... Und sonst reißt man sich ein Bein aus... dieses Pokémon zu finden. Mein... Gott... Ich hab diese... Esskräfte... brutalst unterschätzt, muss ich zugeben. Also wenn die so reinböllern... Gerade was Helfen von Pokémon suchen angeht... hier... Erstaunlich... So... Jetzt zum Thema entwickeln... Unser ältere Pokémon... entwickelt sich nämlich... nur auf eine Art... und zwar mit einem Dollarstein... Ich glaube nicht, dass wir einen haben... Oh... Okay... Aber erst möchte ich ähm... Ne? Neutrales Wesen? Passt... Passt... Reicht nur... So... 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 Kann ich... ihm... jetzt schon... Wenn ich ne Attacke beibringen... Das wäre jetzt interessant zu wissen... Attacke verwalten... oder Attacke ändern... Hm... Targeting... Kann man... Kann beibringen... Das... Teckel dafür... Wipf... Ja... Level 15... Kann man... Kann man... So... Oh! Kann man... Was? Kratzerin... Mann... Greifst du bitte mehr rein... Darin funktioniert es doch auch einwandfrei... Warum nicht bei mir? Wofür... Wofür... Ich muss mir die Taste dafür gedrückt halten... Na ja... Engl... Wofür... So... So... Weiß gar nicht, der Herrscher des weiten Himmels soll irgendwo auf diesem Berg sein. Die stürzen über riesige Felsen herab, was die Suche nicht gerade ungefährlich macht. Wenn dich so einer trefft, wirst du orientiert weggeschleudert oder zermatscht im echten Leben. Wenn du auf diesem Ding reitest, kannst du ihnen vielleicht einfacher standhalten. Und so... Oh... Wir haben einen Terrain, da können wir mal kurz reingucken, was wir da finden. Ich finde, wir haben einen Terrain, das ist ja nicht so schön, ich kann es sein. Das muss ja, das wird ja nicht sein. Das muss ja, das wird ja nicht sein. Also das Thunder Battle hat auch schon mal besser funktioniert. Hm, ja doch, an dem kann ich das zeigen. Elektro ist jetzt halt nicht so ganz vorteilhaft für mich, weil ich meinen Vogel mitnehme, aber dass man mal einen Terrain sieht. Und hier ist die KI, also die Trainer, die man mitbekommt. Definitiv besser, viel besser als bei den Blumen Waves hier. Ja, da war die KI, das ist echt eine Katastrophe. Was sowas von. So. Was? Ja, passt. Wie man sieht, man kann auch die Schilden abhängig von einander abgehen. Ich muss ja unser Terror-Kristallisier an Gewicht zu legen. Aber... Kapfel fangen wir uns an. Und, also meiner Erfahrung nach, bleiben Terror-Kristallis immer im Bein. Immer. Aber nicht, korrektiert mich bitte so. Entschuldige, aber... Hm, das ist schon meine Erfahrung. Bisher hast du nicht ausgebrochen. Juhu. Also die Raids zu machen lohnt sich zum Leveln. Durch diese EP-Bonbons. So. 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 Den wollen wir uns heute schnappen. Wir können doch mal gucken nach Mathe M. Als Spreng kommt von unserem Vogel wieder in den Räden, interessant. Elektroball ist leider speziell. Jetzt kann keiner von uns kommen lernen. Und dann hier können wir nochmal ein Päuschen machen. Heilung, Zutaten bekommen, Picknicker sind ein Paradies. Wampers ist halt nicht das schnellste Pokémon, weil jetzt ein anderer Elektro-Tab aufzutreiben ist. Da ist das Pokémon mit Fluch und ich weiß, was die Flamme macht. Aua! Ist das nicht so schlimm? Dann treffen die Kampfer-Tab und wenigstens noch mal ein. Und das sind wir beim Herrscher der Lüfte. Und das sind wir beim Herrscher der Lüfte. Ja. Elektroball wäre jetzt halt nicht schwächer als Donnerschock. Man mag es kaum glauben. Aber ist halt so, weil Elektroball orientiert wird an Geschwindigkeitsunterschied. Je schneller ich im Vergleich zu meinem Gegner bin, desto mehr Schaden macht Elektroball. Ich glaube, das brauche ich nicht weiter ausholen. Gleichzeitig ist es so, dass man jetzt halt einfach auch so nicht gerade schnell ist. Das ist der Herrscher des weiten Himmels. Hat er etwa die Fels noch runtergemorfen? Gut, dass du ihn abgelenkt hast. So habe ich es ohne Bollen am Kopf hierher geschafft. Ja, noch mehr hättest du nicht verkraftet. Sieht so aus, als ob er sich etwas mehr Power verschaffen will. Fast wie eine Geheimerskraft. Ja. Los, Kalle. Wir müssen alle Register ziehen. Ja, und man muss auch dazu sagen, Pepper ist aufgestattet in den Kämpfen. Auf einmal ist das Fisch riesig. Ein riesengroß gebrochen. So. Wer andere mit Steinen bewirft, muss sich seiner Salze niederladen. Ja. Genau. Mach den Stein. Folter den Stein. Steine hier. Da war ein bisschen stärker. Was heißt leider? Er hält halt echt nichts aus, zum Glück. Der Vogel. Der Vogel. Den kann man ruhig immer als erstes machen. Von dem, was das angeht, ist er wirklich der einfachste von den Herrschern. Das ist jetzt das Herrscher-Pokémon. Ah, der Bomber. Der Vorgang. Nein, Leitungsstoß hätte ich genommen. Hier nicht. Hier liegt Oberfeuerwirbel. So, perfekt. Schöne Aussicht. Da hinten ist die Wasser-Arena. Oh, das war spitze Scarlett. Jetzt müssen wir uns keine Sorgen mehr machen, dass uns Felsen auf den Kopf fallen, oder? Wir finden darin doch bestimmt noch mehr von den Geheimgewürzen, das das Herrscher-Pokémon von Ronda geschlungen hat. Machen wir uns schleimigst auf die Suche, bevor es zurückkommt. Ja, und das ist ein guter Hinweis, denn die Herrscher-Pokémon tauchen nach einer Weile wieder auf. Allerdings halt quasi normal. Man kann die dann auch ansprechen, wie früher die Pokémon in den Editionen rumgestanden sind. So wie zum Beispiel Mewtwo in der Azurier-Höhle oder Arctos, Zapdos, Labados. Die spricht man dann an und der Kampf beginnt. Und so haben sie das hier mit den Herrschern geregelt, wenn die wieder zurück sind. Und dann sind es halt normale Exemplare ihrer selbst, unfangbar, haben aber dann bei den Abzeichen dieses Zeichen, dass sie Herrscher-Pokémon sind. Und es ist ziemlich dunkel hier. Also pass auf, wo du hintrittst. Du, au! Ich sagte doch aufpassen. Es bietet sich einfach an. Ah! Da, ein grün leuchtendes Gewürz auf grünem Moos. Das ist es! Genau so sagt das Geheimgewürz in dem Buchhaus. Ihr findet einen Stängel bitteres Geheimgewürz. Wahnsinn! Das habe ich nur dir zu verdanken, Scarlett. Mal sehen, was das Buch dazu sagt. Bitteres Geheimgewürz. Hilft dabei, das Blut besser zirkulieren zu lassen. Außerdem wärmt es den Körper und stärkt das Immunsystem. Wenn ich es ihm doch nur sofort geben könnte. Ist jetzt wohl an der Zeit, dir zu beweisen, was ich darauf habe. Hanneinschneiden wollte. Ja, das hier so. Und dann das dazu. Ja, dass du warten musstest. Hier ist, hier hast du ein kräftig gemütztes Sandwich nach Peppa Ark. Und als Dank dafür, dass du das Herrscher-Pokémon besiegst hast, kriegst du das einen Orden von mir. Das Design habe ich mir von den Arena-Orden abgeschaut. Das finde ich cool. Ja, das ist ein bisschen bitteres Sandwich. Und die Sandwiches, die sehen einfach geil aus. Immer noch. Schnüffel. Schnüffel. Hey, es gibt ein kleines für dich. Böh, lass mich in Ruhe. Möchtest du Kräuter in deinen Sendels geben? Ja. Ja. Ich möchte ja am Ende eine neue Reitfähigkeit haben. Lamm von Schlingen. Ah, das hatte ich doch extra für dich gemacht. Von mir kriegst du aber nichts ab. Ist schon okay. Ach mein Schatz sieht so aus, als wäre ich hier der Pummel. Oh Mann, bekommst du eben die Hilfe von meinem Lass es dir wenigstens schmecken. Das finde ich so nice. Koraydon hat schon was Nägliches an sich. Huch, hast du etwa schon aufgegessen? Boah. Hähnreiten. Hm? Täusche ich mich oder ist das Karate irgendwie stärker geworden? Böh. Oh, echt jetzt? Die Kraft dieser Gemütze ist wirklich der Hammer. Wenn sie auch so echt sehr viel da haben, dann... Ähm. Können sie sicher auch vernutzen für unsere Schatzsuche sein. Ja, ganz bestimmt. So, nach diesem Geheim-Sinrich bin ich erstmal richtig satt. Jetzt nur noch alles aufräumen. Ne, du brauchst nicht zu helfen. Du bist sicher platt vom Kampf gegen das Herrscher-Pokémon. Gut, ich liebe aus. Lass das hier mir und fang lieber schon mal damit an, die restlichen vier Geheim-Bewürze zu machen. Tschüss. Ich bin dir echt dankbar. Okay, sie sind weg. Du kannst jetzt rauskommen. Ja, was es damit wohl auf sich hat, hm? Ja, der hat ein Geheimnis vor uns, der Junge. Es stellt sich nur die Frage, wann wir es herausfinden. Telefon klingelt. Und? Alles gar nicht. Hier spricht Antiqua-Springtungsmässiger-Druck-Gemann. Koraydon scheint einen Teil seiner umsprünglichen kräftlichen Hand zu haben. Offenbar kann ich es jetzt auch mit dir über Wellen reiten. Okay? Gut so. Ich hoffe, dass du die Palderik und zusammen mit Koraydon noch weiter erkunden musst. Vergiss auf eure Gemeinsam abteuer nicht, dass du dabei keine Fiskale und gute Folgen musst. Der Weg liegt allein in deiner Hand. Walde einfach die Karte im Blick und wähle dein Ziel, das dir beliebt. Lass dich dabei ruhig von deiner Neugier weiten. Hier zwei Werte, da braucht eure Reise mit sich an viele Erfahrungen zu nehmen und daran wachsen. Ihr vertraut darauf, dass du dich weiterhin in Koraydon kräfteln kannst. Habe ich vor. So. Ähm. Nach Norden drehen. Für die Orientierung. So. Jetzt. Hier hin. Da gehen wir noch hin. Und dann gehen wir zur anderen Station. Jetzt noch mal ein Raid. Wir können schon mal fangen. Es kommt zwar nicht ins Team, aber wir können es fangen. In der neuen Kommission. Hierje steu'n. Wie weit. In der Neugierie. Wo macht er? Wie weit. Wo muss ich überhaupt? Wie weit. Wie weit. Auch ein Schock. Wie weit. 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 Ich bin überall mit demfloweren Ding. Die Sandleistung. Ich fühle mich gerade ein kleines Fass. Wollte ich gerade sagen. Das habe ich jetzt gerade ein bisschen mehr. Flattutu. Ich habe mich jetzt gerade ein bisschen überrascht. Wir sind nicht drin geblieben. Ich bin sicher so ein bisschen. Baby Pokémon. Komm. Huiiii. Huiiii. Bam. So. Wir gucken jetzt zurück. Dann fliegen wir zur Stadt zurück. Dann war es das erste Mal für heute. So. Halt. 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 Nein. Nicht du. Ich bin nicht. Hier kann ich unser ganz anderes festes Teele-Kind finden. Hier könnte ich das jetzt richtig im Kopf haben. Da muss da hinten nur ein Rune sein. Da ist ein Träger. Ja da ist die Rune. Und hier können wir unser Team-Kind-Treffen. Nein, ich doch nicht. Ich wollte euch einfach nicht lagen. Davon brauchen wir von diesen Bronzelsplittern zehn Stück. Okay, hier ist auch ein Terrarade. Das erledigen wir jetzt noch. Also jetzt nicht den Terrarade, aber... Ja, den Terrarade, den mache ich gleich offscreen. Ähm... Da ist unser Pokémon. Oh, es ist mein Pokémon... So... Ich wollte dich nicht ansprechen, so! Okay, jetzt habe ich eine Verbrückung. Du fährst auf jeden Fall nicht, aber wir fährst du jetzt. Nein! Du hast auch keinen Kritik, du verteid. Blüder! Ja, jetzt gerade haste ich einen Geil. Mann! Ich weiß ja nicht, wer schweiß möchte, aber ich eigentlich nicht. Okay. Okay. Mach bloß keine 3. Das hätte ich schon gesagt. Das ist schon wieder. So. Dann Traumato ran. Mit Traumato können, dass wir ihn nicht hier sehen. Und dann leichter fangen. Jetzt hätte ich fast vergessen, dass wir das hier fangen können. So. Vom Kika ist eigentlich nur ein Fehler. Anfänger. Super. Super. Registriert. Bericht angucken. Okay. Werde ich auch auf Screen nach einem anderen Wesen fahren, was nicht den Angriff senkt. Weil es hat schon keinen sehr hohen Angriff. Es ist mehr Verteidigung. dieses Pokémon. Aber Angriff senkt. Ich habe ja das perfekte Item dafür. Habe ich gerade erinnert. Wir haben ja eine Minze. So. Und da wir die Minzen kaufen können, muss ich mich auch nicht genieren, sie zu benutzen. Eine harte Minze. Ja. So. Bericht. Und schon wieder Angriff hoch. Was war das? Aufwärter noch. So. Ah. Ah. Dann schwingen wir uns. Ah. Davon brauchen wir 10 Stück dann wieder. Ja. Dann fahre ich das hier noch. Weiter ab. Und würde mich an der Stelle auch schon mal verabschieden. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.